okay eben die augen aufsetzen und dann kann das hier losgeht willkommen liebe clasher herzlich willkommen bei mir dem tutorial kathorsten beim klaren 2 warriors es hat mich wirklich gefreut dass euch das mit der facecam so gut gefallen hat und ich habe da besserung gelobt also ich habe ein bisschen umgebaut ich habe allerdings um mein video jetzt diesen rahmen gemacht damit man den ganzen müll im hintergrund bei mir nicht so sieht und ich würde sagen wir haben trotzdem jetzt mal hier in clash rein was will ich euch eigentlich heute zeigen ich war ja mit dem avatar account in einem anderen clan wie es aufnehmen das heißt wir haben dort einen aktuellen ck mit aufgenommen ich habe auch gleich im zweiten krieg noch mitgespielt habe natürlich die two warriors hier nicht vergessen die im letzten klaren krieg hier wirklich gerockt haben kann man nicht anders sagen ihr seht selber unser lockt ist auf dieses drama hier was ihr sicherlich gesehen habt von unserer unentschieden haben wir unseren letzten gegner wirklich stark dominiert so muss man es ja eigentlich mal sagen und wir gucken einfach mal rein in die mappe der gegner hat auch nicht so gut angegriffen wie wir eigentlich gedacht haben oder manchmal erhofft man sich auch dass man so ein bisschen so eine herausforderung hat und von daher ist es sicherlich an der stelle anzusprechen dass der gegner schlecht angegriffen hatte ich muss es einfach mal so sagen denn ihr seht das 22 drei sterne auf unserer seite 22 drei sterne auf unserer seite und drei sterne auf gegnerseite das geht eigentlich gar nicht da erwartet man vielleicht ein bisschen mehr auch von einem level 10 plan und auch die neuen sterne pro attacke hier mit 1.46 zu 1.20 ist schon relativ hoch das ganze errechnet sich ja aus allen angriffen und wird prozentual dann natürlich am ende etwas weniger aber hier ist wirklich gut gehockt worden kann man nicht anders sagen und ich habe ja auch ein paar schöne kämpfer raus gesucht ich habe nicht alle geguckt ich bin im moment ein bisschen zu arg ich will jetzt nicht sagen überbeschäftigt aber ich bin schon sehr stark beschäftigt so kann man es nicht sagen und kann euch hier aber sicherlich ein paar schöne angriffe zeigen mit den verschiedenen taktiken die es hier im rh 9 rh 10 bereich gibt im rh 8 bereich werden ja nur ein achter dabei also einen kleinen nachteil zwei angriffe wenn man so will weniger die hatte ich auch glaube ich im video vorher gesagt kompensieren wir ganz ganz locker und hier geht der daniel mit einem richtig schönen gola loon vor lässt hier auch wirklich den golem lange tanken und auch die queen lange tanken und kommt dann von der kompletten anderen seite gegen den feger ich sage ja immer gegen den feger gegen den wind da gab es mal so ein ähnliches lied aber das trifft ja manchmal zu aber er räumt ihr die base wirklich richtig schön mit dem gola loon ab und das sind ganz klare drei sterne taktiken hier so ist das wirklich klasse also viele üben hier auch unsere neue taktik wir sehen jetzt waren 26 auf 26 aber wir haben auch eine neue taktik dass wir drei sterne machen das heißt also nicht immer unbedingt unseren gegenüber sondern auch mal ein zwei nummern drüber ein zwei nummern drunter und das scheint hier aufzugehen oder das scheint aufgegangen zu sein ich war ja mit keinem char in irgendeinem clan krieg mit drin da ich überall die helden im bau hatte und ja wie ihr es hoffentlich gesehen habe mit dem avatar bei einem anderen clan war der avatar ist übrigens wieder unterwegs wenn ihr also auch wollt dass ich euch einfach mal ganz spontan besuche ich ja ja immer mit dem avatar account im globalraum dann lasst mir ruhig kommentar hinter wenn ich euren clan auch mal besuchen soll ich spiele ein zwei kriege bei euch mit stelle euren clan vor und zeige ein paar richtig coole angriffe die ihr mir dann hoffentlich zeigt ist das ist mir auch egal ob das sind farm angriffe sind oder ob das ein aktueller ck ist weil ich euch zu schlecht bin dass ihr mich nicht mitnimmt aber ich denke mal da werden wir uns schon irgendwie einig und dann schreibt mir das ruhig in die kommentare ich werde versuchen das einfach mal umzusetzen das hat mir jetzt wirklich ein bisschen spaß gemacht und es ist zwar nicht mein r10 account mit dem gehe ich sicherlich auch irgendwann mal wandern aber da habe ich auch dauerhaft den king im ausbau und dann bringt das nichts wenn ich nur mit einem helden hier nicht bei den warriors mit spiele sondern woanders das wäre auch unfair gegenüber meiner truppe und deswegen gehe ich ruhig mit dem avatar account auf wanderschaft und bin dort im moment frei das heißt ich habe zurzeit kein clan schnurre mich wieder im global durch bis mich ein netter clan aufnimmt und ich vielleicht mit den leuten abgeklärt habe wie ich mich dort einsetzen kann ob nun im ck oder ob ich den plan vielleicht vorstelle das kann man dann ganz individuell mit den leuten sicherlich vor ort vereinbaren während wir hier den patrick sehen auf eine typische er hat 9 farm bis ist das eigentlich also so eine base mache ich mit meinen neuen accounts immer richtig gerne mit hocks macht er ja auch und ja ich nenne das eigentlich immer opfer basis es gibt noch einen anderen youtuber der macht diese basis auch unheimlich gerne und muss jedes mal lachen und schmunzeln wenn er auch so eine base trifft denn wer hier seine farm base denn auch noch als ck ist nimmt er ist einfach selber schuld der kassiert hier drei mit nicht allen gruppen aber mit solchen gruppen mit dem der patrick hier gekommen ist allemal oben noch alle packers am leben ging noch am leben oder unten noch am leben also besser geht es gar nicht den gift hätte man jetzt in die mitte setzen können aber da war auch nur noch die tote klanburg zu giften und wir gehen einfach mal ein wenig höher wir kommen jetzt auch schon in den 20er bereich rein wo wir starke kämpfe hatten ich habe hier ein paar wirklich gute kämpfe aufgenommen das ist der fiefe mit seinem zweiten angriff auf die nummer 18 da waren noch ein bisschen wenig sterne drauf aber ich kenne mittlerweile auch so ein bisschen wie die taktik von ihm er ist ein r10 auch noch nicht so lange er hat sehen aber sein vorteil natürlich ist dass er jetzt ich glaube schon volle gruppen stärke hat und hier eine kombi für sich gefunden hat mit drei golems king ein paar ein paar kill squad truppen wie den magiern oder den bowlern hier und kommt dann mit richtig vielen hocks meistens in die base hinein da können auch ruhig so ein paar flöten gehen er hat zwar die hocks noch auf 5 aber für seine 9er base ist das eine richtig geile taktik mit den drei golems das kann man auch als rh9 machen dann hat man dementsprechend die bowler nicht dabei nimmt einfach noch einen noch einen golem mit in die klaren bock rein so dass man drei golems im feld hat und dann werden das auch hier als rh9 gute drei sterne aber hier ist richtig abgeräumt worden der hiel noch mal geschmissen am ende war vielleicht unnötig aber ich denke mal er hat sogar noch ein gut aufbewahrt ihr wollt er sicherlich auf die bola schicken die sind allerdings so ein bisschen außenrum gerannt aber ist eigentlich der hammer da lebt immer noch ein bola das ist echt unfassbar wie lange die sich auf level 3 hier im feld halten also gut ab und ich gucke mal ein bisschen weiter höher wie gesagt ich habe nicht alle angriffe mitbekommen und habe mir nur ein paar angeschaut aber hier ein schöner dreier zehn auf zehn marcel auf die nummer 14 und er geht hier mit einem queen walk so wie ich das sehe ja okay das ist so ein bisschen eine taktik wie die elfer dennoch benutzen allerdings ohne hexen und ohne bola ist ja bei uns schon viele elfer die also relativ so eine gleiche taktik haben wie man basis und er kommt die aber jetzt gute fandet sehr sehr gut kann man nicht einfach sagen das ist wirklich gelungen wie der äußere ring ist komplett jetzt weg und die valküren können jetzt den inneren ring hier komplett aufräumen mit bola mit king und mit den heilern im gepäck also ich sehe gerade das war wirklich ein krasser angriff die basis zwar jetzt noch nicht max out er hat zehn aber es stehen zwei infernos da die darauf warten irgendwelche truppen zu grillen und ich finde das ist echt ein gelungener angriff gewesen sieht sehr sehr gut aus jawohl das ist ein toller angriff gewesen kann man nicht anders sagen der garagus macht immer gute angriffen bei uns und wenn es ein guter einsterne ist es ist auch ein guter angriff gewesen weil garagus weiß ich der macht eigentlich nur angriffe um auf drei sterne zu gehen oder er geht halt auf ein stern weil er seine taktik nicht umsetzen konnte die er sich vorgestellt hat aber hier wieder für ihn ein typischer queen walk mit anschließenden clean up dann von hunden und lohnt und das scheint ihm hier auch gelungen zu sein hat auch den habe ich schon gesehen in angriff und er ist wirklich schön gewesen keine frage kommt jetzt richtig schnell mit den loons auch in die base rein jetzt sind die la schon mal essig da macht er jetzt ein fries der fries ist gut der eine entfernung ist natürlich auf single das kommt den loons entgegen da der immer nur einen anvisieren kann wunderbar oben noch mit dem king rein und ich hatte den angriff live gesehen auf allerletzter rille hat hier die queen ja die queen hat irgendwie alles gerissen noch mit den lakaien jetzt die oben an den tesla nicht ganz schaffen also ein halber tesla ist auch noch ein voll funktionsfähiger tesla aber er hat jetzt wirklich nicht mehr viel dafür das lager in der mitte war schon angeschlagen mit welcher berechtigung die queen jetzt auf die mauer geht das weiß ich nicht um da um dann zentimeter noch näher an dem lager zu sein und das war wirklich man sich die zeit hier ja immer nur komplett ablaufen das war hier wirklich auf allerletzter rille ich glaube da waren zwei sekunden noch zeit oder so war wirklich eine richtig krasse und knappe sache an der stelle wir gucken uns ein angriff von unserem chef an ob es unser chef hier unser plan anführer für den plan hier schon ich weiß gar nicht zwei drei jahre ist wirklich schon lange hier im laden drin hält sich auch gerne mal zurück aber bei klaren entscheidungen oder auch entscheidungen die er trifft keine frage dafür ist er ja anführer und kann auch mal eine auch heraus entscheidung treffen wo wir nicht immer mit einverstanden sind aber getroffen da widersprechen wir dem auch dann auch nicht und er wird sich da schon das richtige bei gedacht haben das muss man auch nicht hinterfragen kommt hier mit queen walk und worden schön in die base rein den rest erledigen jetzt komplett die hocks in eilzauber ich sehe da gerade 1235 eilzauber alter falter donnerwetter die gehen natürlich sowas von durch die base hier der jetzt lag ist gesetz ich denke man hat gewusst weil es der zweite angriff war dass dort an der stelle noch es war stand und so waren das hier auf die nummer zehn richtig krasse 22 sterne drei sterne wir haben diesmal sehr sehr hoch mit drei sterne das kommt noch dazu mojo hat im ersten angriff ein bisschen pech aber im zweiten angriff der ist ihm auf jeden fall gut geglückt hier ist ein rh11 auf er hat zehn mit hellen kombi 40 41 19 das ist schon sportlich also in der kurzen zeit wo der mojo eigentlich ihr rh11 ist die queen schon ein level höher und den worden schon 19 level gelevelt also das ist man kann ja immer nur ein tod sterben von daher wenn ich jetzt sage ja der mojo ist ja schon zehn wochen rh11 ja aber er hat auch zehn wochen lang hellen gemacht und auf cks verzichtet so wie ich das ja mit thorsten auch mache ich verzichte im moment auf cks weil ich einfach mein mein kind nahenlos durch mache so lange wie ich das schaffe wenn ich dann mal ein ck zwischendurch mit mache ja aber wenn er erst mal 40 ist dann hält mich natürlich nichts mehr von irgendwelchen cks ab und war richtig krass abgeräumt hier viele gucken noch am start ja das ist ja echt ein super angriff und so war das hier auch wie noch nicht mal bezündet ja kann man machen so wir schauen weiter nach oben da gefällt es jetzt ein bisschen zweiständiger weil es auch ein bisschen schwerer wird schwerer wird aber ich hatte eigentlich zwei mir angeschaut habe ich auch live geguckt eigentlich hier hatten wir gesagt dass wir dafür die leute aus dem clan schmeißen weil sie nur 98 oder 99 prozent machen und das ist einmal der mostango hier den kollegen kennen wir eigentlich schon aus etlichen klaren kriegen hier mit voller hellen kombi mit max truppen in allen bereichen und im moment die ganze zeit nur in der legendenliga unterwegs ich denke er hat sich da etabliert fühlt sich da ganz wohl hat sicherlich noch das eine oder andere zu forschen aber hat da überhaupt kein druck mehr denn hat hier eigentlich alles fertig und kommt hier mit seiner gewohnten kombi der queen und dem worten rein fandet dann weiter mit wohler und riesen riesen kleben allerdings jetzt an der mauer jetzt geht es aber trotzdem zum tanken noch vor die vor die wohler das ist gut hat jetzt noch seine hexen und seine clean abdrucken das sind die walküren also das ist schon eine krasse combo ich habe diesen angriff noch gar nicht gesehen und da muss ich mal wieder schauen woran das eigentlich gelegen hat ob das ein zeitproblem war oder ob das eher ein problem war das nichts mehr gelebt hat denn wie immer noch in heilung da und es gibt wirklich nicht mehr viel def ging es auch noch da worden ist noch da jetzt hinter die ersten kleinen truppen kaputt okay jetzt muss ich die queen hier durch die ersten mauren quälen zwei hexen die jetzt aber auch noch gut regeln die machen gut den den mist hier rundum weg das machen die skellys da brauchen die hexen eigentlich gar nichts mehr nachmachen weil die skellys natürlich sterben und so wie ich das sehe es mal ein zeitproblem okay was hast du pech gehabt 99 prozent aber starkes ding hier und auch ein starkes ding ganz oben von normen auf die 1 also eins auf eins und hier könnt ihr mal sehen wie sonn max king richtig regeln kann also ich hätte dem angriff hier ich habe den auch live geprüft nicht mehr zugetraut dass das hier so viele prozente werden also es ist ja jetzt kein dreier geworden sondern ein zweier aber der war so hammer knapp dass ich hatte ja wie gesagt ich hatte im chat geschrieben leute der king regelt hier gerade und wie weit er gleich durch geht das müsst euch angucken das einfach grandios kann man nicht anders sagen wie der hier durch die base stiefelt und hier bis zum letzten atemzug die fahnen hoch hält also das war schon wirklich wirklich krass so gucken wir mal oben jawohl das sieht ganz gut aus damit eben mal mein kaffee holen so ich muss mal ebenso so einen kleinen schluck trinken sonst habe ich vom reden auch so eine trockene stimme und ihr versteht mich nicht mehr so gut aber wie es gesagt habe das ist hier richtig krasser zweiständer geworden und guckt euch das an der king immer noch da immer noch da jetzt ist er erst weg 123456789 sachen stehen hier nur noch und es geht ja noch weiter denn es hat nicht am ende an den truppen gelegen sondern an der zeit dafür machen die hexen einfach zu wenig schaden jetzt alleine mit den paar skeletten und zeit ist um hätten sie noch geschafft denke ich mal wäre es noch ein paar sekunden mehr gewesen denn der bogenschützen firm werden ich mir angekommen aber so war das wirklich richtig krasser ck gut dominiert und verdient hoch gewonnen wir sind aktuell wieder in einem klaren krieg allerdings ja bei uns ist sind 50 leute im clan und 10 waren mal gerade so bereit ihren klaren krieg zu spielen also auch bei der gegner seite wir haben allerdings hier komplett rh 10 und rh 11 und so wie es auch ein bisschen erwartet habe ja das tut mir ein bisschen leid für den gegner was willst du machen so ist das matchmaking der gegner 29 das heißt also ja ich will nicht sagen vier angriffe weniger aber neun auf zehn das waren hier schon 41 prozent und aufs wasch hatte allerdings zwei sterne geholt ja das ist nicht übel das ist gut und ich bin gespannt wie unsere leute hier abschneiden ich denke mal dass hier spannende hohe kämpfe erwartet werden und freue mich wenn ich hier auch mal wieder ein ck mitspielen kann mit meinen beiden anderen rh 9 dann werde ich das sicherlich auch tun was hat sich bei mir im dorf getan etwas hat sich bei mir getan ich habe nämlich eine neue forschung angestoßen ihr werdet sich glauben ich habe den drachen angestoßen hat einfach den hintergrund dass ich ab und zu sicherlich auch mal einen kleinen rh 11 machen muss demnächst und da bietet sich gerade so ein drachen angriff vielleicht mal mal gucken wie das so wird und dementsprechend habe ich mir gedacht mach mal die drachen zehn tage beziehungsweise laufen jetzt schon ein paar tage ich glaube ja zwölf tage laufen die auf level 5 ich habe also ein paar tage zeit mal wieder ein bisschen morgen zu machen habe auch zwei dazu bekommen und was habe ich noch im update ja ich habe den dritten ich hatte mich im vor vorherigen video versprochen dass ich schon drei habe nein ich habe in planung den dritten gehabt und den dritten power habe ich angestoßen der king geht auf 35 wie ich schon gesagt habe mit dem habe ich nur einen einzigen angriff gemacht dann ist er gleich wieder weggegangen und habe jetzt allerdings zwei bauarbeiter frei und noch nicht so sehr viel rein gefahren liegt aber daran dass ich auch nebenbei arbeiten muss und da habe ich natürlich das über jetzt ganz ganz wenig zeit überhaupt mal was aufzunehmen was zu zeigen aber wenn euch diese folge mit mir gefallen hat und natürlich mal wieder mit der facecam also ich bin das auch in ordnung ich hoffe die posi passt demjenigen auch der mir das nämlich in die kommentare geschrieben hat dass die im letzten video nicht so gut war ich hoffe sie ist jetzt ein bisschen besser ich werde daran weiter daran arbeiten und auch an den lichtverhältnissen hier aber ich mag so ein bisschen schummerig denn wenn ich jetzt die ganze zeit angestrahlt werde hier von irgendwelchen strahlern und leuchten dann ist das auch nicht so schick und ich denke mal das ist eine runde sache hier wenn ihr also mehr von mir sehen wollt dann bleibt einfach bei meinem kanal dran ihr könnt mich rechts unten wie immer abonnieren und ich würde sagen bis zu einem weiter wie bis zu einem weiteren video euer toto ist